Eins, die vierte. Und... Was, bitte? Hast du ihn umgebracht? Ja, seid ihr irre? Nein, natürlich nicht. Wie können Sie denn jetzt so etwas sagen? Frau Kuhn, bitte. Emilia. What, 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 what? Entschuldigung. Komm mal, komm. Das ist kurz. Und... Schlag auf, und bitte. Hast du ihn umgebracht? Seid ihr irre? Nein, natürlich nicht. Wie können Sie denn jetzt so etwas sagen? Frau Kuhn, bitte. Emilia, du warst wütend. Und es gab Hinweise, dass ein Mädchen vom Tatort weggerannt ist. Apropos Tatort. Lieber Tatort, auf ein Wort. Tausend Folgen bist du alt, machtest manches Opfer kalt. Wir, die vor dem Fernseher frieren, möchten gratulieren. Das ist überhaupt nicht lustig, Frau Selang. Es ist ein bisschen lustig. Also dann jetzt hier, wir gratulieren. De, 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 de. Herzlichen Glückwunsch, lieber Tatort! So, tausendsten Folge Tatort. So, jetzt lassen wir mal weitermachen, oder? Ja. So, also. Wo waren die stehen geblieben? Nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Und wo warst du dann? Aber das war's. Ja. Das war's.